Jo Moin Leute hier Tobi wieder an der Front mit einem neuen Video. Heute kommt die Fortführung vom Supporter Guide. Heute Part 2 quasi in Worten, also ne in Zahlen, ne also wie auch immer. Ich hab mir überlegt für diesen Part, how to exhaust. Aber Tobi, ich weiß wie ich exhauste. Nein, weißt du nicht. Ich zeig dir das jetzt. Wie man exhaustet, wann man exhaustet, warum und weshalb. Hört sich jetzt erstmal ziemlich unspektakulär an, ist es vielleicht auch, aber wenn ihr das danach gesehen habt, dann denkt ihr, oh ja, Tobi, du hast recht, ja. Also, wir schauen uns erstmal grundsätzlich exhaust an. Exhaust ist ein Summoner, den mach ich auf den Gegner. Reduziert erstmal für 2,5 Sekunden lang das Angriffstempo um 30% oder das Movement Speed Tempo und den Schaden um 40%. Das heißt, alle offensiven Stats von ihm werden reduziert. Angriffstempo und Schaden. Also schonmal sehr, sehr stark, um jemanden zu schwächen. Sehr, sehr stark, um jemanden zu schwächen. Außerdem haben wir dann noch die Reduzierung von Rüstung und Magieristence um 10. So, das alles ist ein Exhaust. Das heißt, wir können es auf verschiedene Varianten nutzen. Wir haben, ich würde sagen, 2-3 Varianten. Die erste wäre auf jeden Fall die klassische, würde ich sagen. Der Gegner, vor allem gegen Assassine, wie so ein Set, will all seinen Damage in einem Moment raushauen und wir hauen jetzt das Exhaust da drauf, bevor er seinen Schaden macht. Und er macht quasi keinen Schaden mehr. Jeder kennt es, man rennt als Massehii da rum, man rennt als Cutter da rum, als Cutter springt man eher da rum, man rennt und rennt und rennt und rennt. Vor allem Set und Akali und Talon. Und dann kommt ihr das Exhaust und ihr macht alle eure Sachen und ihr explodiert und rastet aus und eigentlich ist niemand gestorben. Und ihr, außer ihr. Das ist also die erste defensive Variante von Supportern. Auf jeden Fall sehr, sehr stark, um Gegner zu schwächen. Zweiter Punkt wäre, um zu chasen. Einfach Chase-Zwecke oder auch offensive Variante. Das wäre jetzt die defensive, das wäre die offensive Variante quasi. Das heißt, der Gegner geht low. Ich will jetzt erstmal, dass er nicht so schnell wegrennt. Also Move-In-Speed-Reduzierung um 30%. Das heißt, dass er nicht so schnell sich verpisst. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, diese 10 Rüstung und Magieristenz, die wir reduzieren, die könnte man auf jeden Fall auch noch damit reinbringen. Also damit ich mehr Schaden mache. Auch wenn er jetzt wirklich, wenn ich jetzt nicht unbedingt brauche, dass der sein Damage reduziert ist oder auch sein Lauftempo, mache ich mehr Schaden mit diesem Erschöpfungsspell. Warum ich das jetzt so wichtig finde, zu klären, und da werden wir uns jetzt gleich 2-3 Beispiele angucken. Ja, ich sehe leider immer wieder, immer wieder gerade, also wir werden jetzt den Vergleich zwischen low-elo-exhaust und high-elo-exhaust angucken, weil in der Regel ist das so, und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Die low-elo-exhaust-Spieler, deswegen finde ich im low-elo-Bereich exhaust auch echt verdammt schlecht teilweise, die denken sich so, ich imitiere, wir simulieren das jetzt, ich imitiere das jetzt. So, wir haben auf der Botline 2 gegen 2, was passiert? So, wir haben auf der einen Seite Graves Leona und auf der anderen Seite Ash Soraka, so. Was passiert? Wir sind auf beiden Seiten Level 7, die Leona springt drauf auf Ash, so, Punkt 1. Es passiert erstmal noch nichts, es passiert noch nichts. Da kommt der Stun, die Ulti und all dieses ganze Leuchtfeuer, Raketen, Raketen und Feuerball und Sonne und Strahl und ja. So, jetzt kommt der gute Graves, er eht in Ash's Gesicht rein und jetzt steht er mit der Knarre da und will jetzt Q, Ulti, die volle Ladung da reinballern. Jeder weiß, Graves, der putzt einfach alles weg, der putzt weg, der putzt weg, der spült den Gegner weg mit seiner Super Soraka. So, was passiert? Die ganze Scheiße, weil er draus, Ash von 100% auf, mit der ganzen Kombo, auch mit Leona auf 10%, sagen wir. So, bam, 10%. Was passiert? Ash will natürlich jetzt erstmal sich verpissen, das ist sowieso klar. Soraka denkt jetzt, hm, okay, 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 okay. Also, wir schauen, wir schauen, wir schauen den Gedankengang, so. Leona engaged, okay, okay, Leona engaged, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Was mache ich jetzt? Hm, ich laufe jetzt erstmal. Äh, jetzt kommt die Kombo, oh, Graves kommt jetzt auch noch dazu. Hm, nicht so gut, ich weiß nicht. Vielleicht mal hier, vielleicht da noch so ein bisschen EQ, machen wir hier so ein bisschen, okay, okay. Was passiert als nächstes? Der schießt seine ganzen Kugeln. Oh, Scheiße, Ash dropped auf 10%, verdammte Scheiße, Ash dropped auf 10% und dann kommt richtig Panic. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe und dann Exhaust. Im Idealfall auf Leona oder auf Graves dann auch noch, also Kappa, ne. Ähm, ja, also, es ist halt schon, also es kommt dann im Endeffekt das Exhaust auf Graves, weil sie denkt, okay, Ash ist low, Ash muss weg, ich muss jetzt Graves exhausten, damit Ash wegkommt. Was ist das, das ist, ich würde fast sagen, zu 90% in low elo Bereich, zu 90%. Der Gegner oder alter Teammate lobt Drower und dann, oh, fuck, Exhaust. Ja. Was ist daran falsch? Ganz einfach. Das Ding ist folgendes, und zwar, wenn ihr, der Graves hat alles, der hat sein komplette Kombo rausgehauen, der hat sein Q rausgehauen, der hat seine Ulti rausgehauen und seinen absoluten Burst weg. Wenn jetzt das Exhaust kommt, er kann, man exhaustet effektiv sein Movement Speed und seine, halt, Attack Speed versuchter Schaden, blablub, ja. Aber das Einzige, was wirklich jetzt hilft, dass er Ash nicht tötet, ist, dass er nicht so schnell hinterherläuft, weil er 30% slower ist. Und, dass, äh, ja, dass sein Autohit 30% weniger Schaden macht und ein bisschen langsamer ist. Also, oder 50% weniger Schaden und 30% langsamer, so. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, im Endeffekt, was er in dieser Zeit noch macht, sind es vielleicht zwei Autohits. Wir exhausten vielleicht effektiv zwei Autohits. Es kann sein, dass Ash deswegen wegkommt, weil diese Autohits exhaustet sind. Das möchte ich jetzt nicht bestreiten. Das Ding ist, warum exhaustet, also ein gutes Exhaust sollte so aussehen. Leona engaged, macht wieder Feuerwehrraketen, Strahl, Hyperkondensationskanone. So, Graves springt wieder in Ash ihr Gesicht und packt, da ist das Exhaust. Da ist das Exhaust. Ich schmeiß meinen Exhaust da jetzt auf. So, was passiert? Graves macht wieder sein Q, macht wieder seine Ulti. Also, im gleichen Moment, wo er es machen will, mache ich Exhaust. Was passiert? Q macht keinen Damage, Ulti macht keinen Damage. Ash droppt erst gar nicht. Low. What? What? Oh my God. Ash ist erst gar nicht low gedroppt. Ash ist bei, sie ist dann wahrscheinlich bei 60%, weil Leona ja noch ganz gut Schaden gemacht hat. Vielleicht 50, vielleicht 70, vielleicht 40, was weiß ich. Auf jeden Fall ist sie gar nicht erst in Execute Range da unten so gefährlich. Vielleicht kann man sogar jetzt traden. Ich meine, wir haben Soraka. Okay, wir gehen wahrscheinlich doch besser zum Turm. Aber, äh, ja. Man muss Exhausten, bevor der Schaden kommt. Bei Z klappt das komischerweise, weil da wissen alle, okay, Z ultet jetzt. Und nach seiner Ult packt jetzt Exhaust drauf. Dann macht seine Ulti kein Damage, fertig, aus. Aber, ich sehe immer, das Exhaust, das kommt immer erst dann, wenn es eigentlich zu spät ist. Man muss effektiv Exhausten, wenn das, äh, ja, wenn der Damage da ist, sag ich mal. Wenn der Damage da ist. So, wir werden uns jetzt noch mal ein Beispiel angucken. Ich spring mal hier schnell rein. So, da sind wir auch schon hier bei meinem ersten Beispiel. Und zwar, ja, ich habe viel suchen müssen in meiner Friendlist. Habe einige Spiele gefunden. Aber ich muss wirklich sagen, die meisten Exhausts sind tatsächlich noch retardeter, als ich dachte. Die waren so schlecht, dass ich die nicht mal hier zeigen möchte. Es waren wirklich so von wegen, äh, ich Exhauste dich jetzt, damit du bloß kein Outhold machst. Obwohl, ja, egal, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Auf jeden Fall habe ich hier ein Beispiel gefunden, was, ich denke, das, was ich euch übermitteln möchte, zeigt, ist es nicht optimal. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust hier 20.000 Games weiter zu durchsuchen, weil ich viele schon durchsucht habe. Und es waren alles kacke Exhausts. Also, richtige, nicht mal die richtigen, also nicht mal so halbwegs kacke, dass ich die analysieren kann. Die waren einfach richtig kacke. Also, hier wird nämlich jetzt passieren, und zwar haben wir hier auf der Botlane sehr, sehr frühe Geschichte. Wir haben hier Thrash, Zivir und, oder auch Zivar. Ja, und hier Jinx, Leona, sehr aggressiv auf jeden Fall hier am Pushen. Was passiert ist jetzt, dass, äh, wir springen mal hier ein bisschen durch. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Beide noch Level 2. Und zwar, ähm, springen, hör, kann ich das mal mit dir ausmachen, dass der nicht so springt irgendwo hier. Kamera, so, ich glaube, so geht's, ne? Ja, so. Und zwar wird nämlich jetzt hier gleich irgendwann, 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 jetzt. Und zwar kam jetzt tatsächlich, weil sie dieser Grab mit Level 2, alles in Level 2, und hier kam dieser Grab tatsächlich. Und das, was jetzt passiert ist, logisch, Zivir wird natürlich jetzt hier Damage drauf machen. Er wird noch seinen Kram machen, und dann wird Zivir Damage drauf machen. Und sie wird vielleicht nur einen Tauhaut abkriegen. Und sehen wir nochmal, sie wird noch ein Stück gezogen. Wird sie noch ein Stück gezogen? Okay, da wird sie nochmal reingeht. So, was jetzt passiert ist. Wir sehen schon, Zivir holt hier völlig aus und will jetzt, also, Jinx ist zwar in einer super schlechten Situation, hat aber allerdings noch Heal und Flash. Und, ich würde jetzt auch an Jinx Stelle sofort flashen und healen. Aber, ist, das ist eine andere Sache. Das ist hier gleich unser lieber Kollege der Sportfisch. Aber, ähm, was uns jetzt als Supporter hier interessiert in diesem Moment, ist, dass Zivir jetzt hier ihr Queue werfen wird. Das ist, selbst wenn man diese Animation nicht sehen würde, ist das obvious as fuck, nenne ich es jetzt einfach mal. So, was wird jetzt hier passieren? Das sehen wir. Das Queue fliegt hier durch und macht immensen Schaden, habt ihr das gesehen. Boom, weg. Boom, weg. Wir gehen nochmal ganz kurz, also, immenser Schaden. Äh, so. Da kommt der, ah, okay. Ja, whatever. Auf jeden Fall, bumm, weg. So, da ist das Exhaust. Leute, hier ist das Exhaust. Wir müssen es vielleicht nochmal etwas, wir gucken uns das nochmal richtig geschmeidig langsam an. Richtig geschmeidig langsam. So, der Hook kommt. So, wir sind jetzt hier ziemlich lau. Jetzt kommt ein Auto-Hit und das Queue hier, beides gleichzeitig. Richtig schöner, lecker Schaden hier. Plus Auto-Hits noch von Zivir. Also, das, warum das nicht so optimal ist, weil wir ja bis jetzt nur Queue haben und keine Ultis und andere Sachen, so richtig komplette Burst-Combo. Aber, das Queue ist im Moment das Stärkste, was sie hat. Und das hätte man jetzt hier Exhausten müssen. Was hier passiert ist, also, sie wurde offensiv Exhaustet, wie ich es erklärt habe, für mehr Damage, für Move and Speed, bla, 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 ist alles in Ordnung von Thrash. Dieses Exhaust ist in Ordnung. I, O, I, Punkt, O, Punkt. Das O ist aber groß, ja. Das war's jetzt hier, die... Hier jetzt versucht Leona noch irgendwelche sneaky Action zu machen. Jetzt kommt das Exhaust. Jetzt kommt das Exhaust, wo sie ihr Queue gar nicht ready hat und quasi nur ein Auto-Hit hat. Natürlich ist jetzt die Idee, ja, wenn sie jetzt ein Auto-Hit macht, dann platzt Jinx vielleicht. Die Idee ist okay, irgendwie. Ja, klar, aber... Das Exhaust ist, wie gesagt, jetzt, wo der Schaden raus ist, da kommt das Exhaust. Also, das ist viel, viel, viel zu spät. Jetzt flasht sie hier und macht noch ein bisschen Action. Hat keine Vision. Hier, Fehler von Sivir, ganz klar, auch. Können wir direkt mal weiteranalysieren. Ist zwar jetzt nicht Teil dieser ganzen Geschichte, aber... Sivir läuft hier. Ne, wir gehen nochmal ein ganz kleines Stück hier vor. Also, wir müssen echt mal ein bisschen mehr analysieren, glaube ich. Das hat wohl Sinn. Aber, gucken wir mal, das ist ein super Fehler, der immer wieder gemacht wird. Immer wieder. So, jetzt hier. Sivir, müssen wir mal kurz gucken. Sivir. Kann man hier irgendwie Fuck of War machen, irgendwie? Kann man doch irgendwie machen, oder? Blöd. Ja. Sivir hat keine Vision. Sie hat keine Vision von Jinx, obwohl Jinx super krass low in diesem Busch ist. Was jetzt eigentlich... Was muss man machen? Das kann... Ah, das ist zum Kotzen. Das habe ich auch immer, wenn ich ganker und meine Teammates das nicht machen. Sie hat ein Scheißwort. Wofür habt ihr dieses Wort? Stell das doch da rein. Was macht sie anstelle? Sie läuft und läuft und läuft. Da kommt der Flash. Warum stellt sie nicht einfach das Wort da rein? Da könnte ich... Das hätten sie... Sie hätte vielleicht hier den Kill haben können. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob das mit Exhaust... Ne, wahrscheinlich hat der Outfit nicht gereicht. Vielleicht. Ne, wahrscheinlich nicht. Aber... Warum? Warum wardet man nicht? Auch hier diesen Busch. Wie dieser Busch geworden. Auch hier passiert immer noch kein Wort. Da kommt jetzt erst. Jetzt kommt hier das Queue. Sie stirbt. Also quasi ganz knapp an dem Ding. Also wir gehen nochmal zurück. Hätten wir hier das... Wir springen nochmal kurz in die Stelle rein. Und zwar hätten wir hier die... Die... Die Sivir in... Wir gucken das nochmal. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Jetzt kommt es. Zack. So. Ich als Supporter hätte jetzt hier hinlaufen müssen. Und jetzt in dem Moment... Jetzt wurde es reingeguckt. Jetzt muss das Exhaust da drauf. Jetzt. Das Rangemessig langt das locker hin. Kann man das gucken hier? Ne. Jetzt muss das scheiß Exhaust da drauf. Jetzt. Jetzt kommt der Schaden. Jetzt muss das Exhaust da drauf. Nicht irgendwie... Danach. Jetzt. Hätte dieser Queue und der Outlet, der von ihr kommen, weniger Schaden gemacht, dann wäre sie gar nicht erst so low gedroppt. Mit Teleport... Äh... Mit Flash und Heal auf jeden Fall überlebt. Auf jeden Fall. Typische Anfängerfehlungen. Ich habe jetzt... Ich könnte vielleicht nochmal irgendwann ein anderes Beispiel rausholen. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt... Ich habe viele Spiele durchsucht und die Exhaust waren zum Kotzen. Aber... Ja. Ja. Ähm... Das ist das, was ich meine. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Wir gehen jetzt auch direkt mal zum anderen Beispiel. Und zwar in dem High Elo Bereich. Da gehen wir jetzt einfach direkt mal rein. Yo. So. Da sind wir auch schon hier mitten im Game. Ich habe hier jetzt extra ein High Elo Spiel rausgesucht. Ich denke, es ist irgendwo im Challenger. Ich weiß nicht genau. Aber irgendwo in dem Bereich. Auf jeden Fall. Man sieht schon Draven. Super OP. Hat hier 700.000 Blades geworfen. Das ist ein kleiner Bug. Ja. Also was wir hier sehen, sind zwei sehr, sehr aggressive Lanes. Und zwar haben wir einmal Thrash mit Graves. Also sehr, sehr gute Kombo. Sehr aggressiv. Sehr defensiv. Also kein defensiv, kein aggressiv. Hat alles dabei. Gegen Draven. Draven und Graven. Graves. Draven. Draven. Der, ähm... Ja. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Sind das Moskitos? Ist das Öl? Sind das... Ich glaube, das sind diese Schokobongs oder sowas. Wo Schokobongs sind braun. Da sind Smarties sind es auch nicht. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber es ist verrückt. Das Öl. Ist das vielleicht Draven, der Geölte? Ich weiß es nicht. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, Leute. Hier scheinen auch irgendwelche Gold, äh... Explosionen aus dem Boden zu kommen. Vielleicht kommen hier gleich Zombies. Vielleicht ist es auch Draven, der Zombiebeschwörer. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall haben wir hier Anchorman. Der Skin sieht todescheiße aus. Anchorman. Hier, äh... Da, äh... Nautilus mit am Start. Und ja, was wir jetzt hier gleich sehen, ist... Wie diese beiden Parteien sich hier bekriegen werden. Und wir haben auf beiden Exors, also auf Nautilus und Thrash... Und ja, wie hier zeigen wir einfach, dass das Exors kommen muss, bevor der Schaden kommt. Also, so wir... Ah, jetzt... Ich bin... Ich glaube, Replace... Ich sollte... Ach, zum Katzen. Okay. Nochmal. So, wir zocken jetzt hier rein. Zack. So, was passiert jetzt erstmal? Wir wurden hier gehuckt und hier ist noch eine kleine... Wurde erstmal so ein bisschen vorgeplänkelt. Noch nichts Großartiges. Hier wird noch ein bisschen Schaden gemacht. Der Nautilus will hier noch sein W-Passiv draufbringen. Oder sein Akt... Was weiß ich... Sein W halt. So, was passiert jetzt? Hier will der Graves jetzt... Wahrscheinlich wollte er hier auf den Draven noch ein bisschen Gas geben. Auf jeden Fall will der jetzt... Er hat ja natürlich hier Ulti. Und sein Q, also sehr, sehr viel Schaden, will hier auf jeden Fall Gas geben. Was jetzt passiert ist... Hier kommt das Exors. Hier ist noch... Nautilus ist nicht mal annähernd lau. Und hier kommt tatsächlich das Exorst, weil der Graves genau in diesem Moment hier aus seinen Q, wie man sieht, rausschießen wollte. Und ihr seht diesen Schaden hier. Ich hab's jetzt extra so reingemacht. Ihr seht, dieses Q macht gar keinen Schaden. Zero. 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 Zero Damage hier. Er hat quasi geexhaustet, bevor der Schaden kommt. Es war keiner hier wirklich jetzt lau und das Exorst musste kommen. Weiter haben wir aber auch genau dasselbe hier unten. Haben wir auch das Exorst auf Draven, der jetzt hier seinen kompletten Schaden auf den Gegner rein eskalieren will. Er hat zwar nicht so die Spells wie Graves mit seinem Q, weil er ja die ganze Zeit seinen Q so mehr oder weniger werfen kann. Aber die machen natürlich auch horrenden Schaden hier. Plus 156 mit diesem BF-Sword und Brutalizer hier. Und es wird quasi exorstet, bevor der Schaden kommt, Leute. Wir können nochmal hier kurz auf das... nochmal einen Schritt zurückgehen. Zack, 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 zack. So. So. Jetzt kommt hier quasi dieser kleine Engage. Jetzt gibt es Plänkel, bla, blub. Jetzt will Graves gleich hier wieder mit reingehen. Zack. Und jetzt will nämlich hier der Draven gerade anfangen damit schon. Mann, er will jetzt anfangen und hier kommt das Exorst auf Draven schon. Instant. Bevor er überhaupt Schaden gemacht hat. Bevor er Schaden gemacht hat, kommt das Exorst hier. Also, wahrscheinlich werden wir es trotzdem hier packen. Aber, wie gesagt, das Exorst muss kommen. Bevor ihr... Wir sehen auch hier seine Ulti wurde auch... Musste ja auch noch im Exorst rausschießen. Hätte er vielleicht noch ein bisschen warten können. Aber es ist halt knapp. Er ist kurz vorm Limit hier. Jetzt wird er das Q hier... Oh, es wurde... Oh, ne. Es ging doch noch durch. Okay. Ja. Oh, dieser Haken. Dieser Haken. Wird er ihn umbringen? Wird er es schaffen? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Vorspulen. 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 Okay. Er hat es geschafft. Also, ja. Viele von euch wissen das natürlich. Klar. Werden jetzt sagen, ja, ist logisch. Aber so logisch kann es leider nicht sein, weil ich es immer wieder einfach sehe, dass es falsch gemacht wird. Immer wieder. Also, die Exorst. Ich habe richtig... Ich habe 12, 20 Spiele absuchen müssen. Ich habe nur schlechte Exorst gesehen. Also, richtig schlechte. Die, wo ich gar nicht mitarbeiten konnte. Ja. Ich hoffe, das hat euch jetzt für den zweiten Teil erstmal ein bisschen gefallen. Wir gehen natürlich jetzt so langsam immer weiter ein bisschen deeper rein. Wir schleichen uns da so ein bisschen vor. So nach und nach. Und werden halt das, was halt dazu gehört. Und Exorst ist halt sehr, sehr wichtig. Werden wir abhandeln. So, damit wiedersehen und haut da rein. Pamm.